Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder mit einem Set von Q-Man. Q-Man, Lighten the Dream. Q-Man ist ja bei uns eher für die kinderfreundlichen Polizeistationen, Feuerwehrstationen und andere Spielsets bekannt. Aber es gibt eben auch noch eine andere Seite von Q-Man und eine andere Sparte, die bei uns in Deutschland noch nicht so sehr bekannt ist. Und zwar aus der 2022er World War II Serie. Diese Sets gibt es in Deutschland so gut wie nicht zu bekommen und deshalb habe ich es mal wieder als China-Eigen-Import von AliExpress gekauft. Das heißt natürlich, wir haben mal wieder keine Originalverpackung, sondern eben nur so einen Polybag. Trotzdem interessieren mich diese Sets natürlich sehr, weil die Kinderspiel-Sets ja wirklich gefeiert werden von Q-Man. Und da bin ich schon sehr gespannt, was Q-Man hier im Militärbereich zu bieten hat. Auf jeden Fall haben wir hier die Set Nummer 21024 und das Set ist benannt mit dem tapferen oder pflichtbewussten Soldaten von der Dünkirchen-Evakuation. Wir haben hier einen Militär-Truck, eine Art Flak-Geschütz, ein bisschen Zubehör noch dazu und eben den Soldaten. Es sind 442 Teile und ich muss sagen, Dünkirchen ist ja wirklich ein geschichtsträchtiger Moment im Zweiten Weltkrieg. Und deshalb finde ich es von Anfang an auch gut, sowas in solchen Sets hier mit umzusetzen, aber ich hätte mir bei der Evakuation von Dünkirchen eigentlich eher ein Schiff vorgestellt. Aber gut, holen wir die ganzen Sachen doch schon mal aus der Tüte raus. Wenn wir uns dann die Anleitung anschauen, dann ist die meines Erachtens sehr schön und hochwertig gestaltet. Ist klammergebunden, wir haben wirklich hochwertiges Papier und auf der ersten Seite findet sich noch so ein Stickerbogen. Ihr kennt meine Meinung dazu, deshalb überspringen wir das heute mal. Die Tüten sind auch in Bauabschnitte unterteilt. Bauabschnitt 1 baut eben das Flak, das Zubehör und so weiter und so fort. Und der Bauabschnitt 2 dann höchstwahrscheinlich den Truck. Insgesamt haben wir bei der Anleitung 46 Seiten. Es wird ausgegraut, was schon gebaut wurde und das, was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Auf der Rückseite haben wir auch noch Werbung für die anderen Sets aus der Reihe. Und was ich sehr gut finde, ist, wie gesagt, die 21025, wo wir die Flucht aus Dünkirchen nochmal mit einem zivilen Schiff dargestellt haben, was ja dem wirklich Geschehenen sehr nahe kommt. Das Ganze könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen, wenn euch es interessiert. Neben der Anleitung und den Stickern haben wir natürlich noch die Teidetüten, aber über die Qualität der Teile reden wir wie immer, wenn es soweit ist. Und das heißt nach bzw. während des Baus. Interessant finde ich, dass wir hier auf den Platten noch überall das Enli, also für ein Leitensymbol, stehen haben. Mich wundert das schon ein bisschen, weil ja eigentlich Enlighten zu Cuman geworden ist und jetzt hier wieder mit dem Namen Enlighten gespielt wird, obwohl die Sets, zumindest laut meiner Recherche, was man im Internet so rausfindet, aus 2022 stammen sollen. Aber wie gesagt, dazu zu recherchieren ist auch echt nicht einfach, weil man eben in Deutschland zu diesen Sets, die es in Deutschland so gut wie nicht gibt, auch sehr wenig Informationen findet. Neben den Teidetüten haben wir dann auch noch dieses Cape hier. Das ist ein sehr, sehr plastikhaltiger Stoff, fühlt sich nicht unbedingt angenehm an. Ist leider unschön geknickt, in der Mitte schon aus der Verpackung gekommen. Und wenn wir uns die Nähte anschauen, ist das nicht gerade hochwertig. Aber wir werden jetzt sehen, wie es dann am Fahrzeug aussieht. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit dieser Review. Und wir haben schon mal das kleine Flak fertig. Der Bau macht bis hierhin wirklich, wirklich Spaß. Die Teilequalität ist auch völlig in Ordnung. Wir haben ein paar Kratzer auf den Teilen, aber das ist ja relativ normal bei einem China-Algen-Import. Die Klemmkraft könnte ein bisschen stärker sein. Also die ist völlig in Ordnung, aber ich würde mir da noch einen Ticken mehr wünschen, um vielleicht mit Lego oder Kobi gleichzuziehen. Vom Baugefühl sind die Steine trotzdem wirklich top. Ansonsten ist das Flak eine wirklich einfache Konstruktion, aber es tut auf jeden Fall seinen Zweck als so kleines, nettes, schmückendes Beiwerk zu so einem Truck. Und das Coole ist, sie haben daran gedacht, dass man dann das Flak auch an den Truck hängen kann und damit ziehen kann, aber das zeige ich euch natürlich dann erst, wenn wir den Truck gebaut haben. Wir haben zwar hier ein Lenkrad an dem Flak, was eben die Vorrichtung zum Hoch- und Hunderverstellen vom Flak symbolisieren soll. Das hat aber leider keine Funktion. Dann haben wir schon mal diese kleine Absperrvorrichtung aus Stacheldraht gebaut. Das ist mir alles sehr wobbelig und sieht auch nicht besonders gut aus, meines Erachtens, wenn man es hinstellt. Das ist als kleines Beiwerk in Ordnung, ich hätte es aber nicht unbedingt gebraucht. Und auch schon fertig ist die Figur. Die ist human-typisch mit diesen Bubbleheads, sieht völlig in Ordnung aus. Natürlich ist sie nicht wie von Lego, aber das ist ja logisch, sie haben ja auch ihren Designschutz. Ich finde sie auf jeden Fall, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, wirklich hübsch gestaltet. Und die Drucke sind wirklich hochwertig und sehen toll aus. Und ihr seht es gerade leider nicht, aber sie wäre auch auf dem Rücken bedruckt. Dazu haben wir dann noch dieses Gewehr und diesen Koffer. Diese sitzen in der Hand von der Figur relativ locker, also die könnten gerne noch ein bisschen fester sein, die fallen relativ schnell ab. Aber kommen wir doch zum wichtigsten Teil und zwar bauen wir jetzt mit den letzten zwei Teile-Tüten den Versorgungs-Truck. Und fertig ist der Versorgungs-Truck und der sieht am Anfang etwas klobig aus. Aber man muss dem Set zugutehalten, wenn man das Vorbild kennt, dann sieht es eben wie das Vorbild aus und dann ist es relativ nah dran. Ich habe ja gesagt, gerade die Front wirkt relativ kindlich, weil es eben so komplett eckig gemacht ist. Aber das Vorbild sieht eben ungefähr genauso aus. Und zwar ist das der AEC Matador und der AEC Matador war ein britischer LKW, der eben auch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Und dementsprechend ist das auch wirklich originalgetreu. Und das ist eben entweder als ein Transportfahrzeug, als ein Versorgungsfahrzeug oder auch teilweise als eine mobile Einsatzzentrale genutzt worden. Der große Vorteil vom Matador war seine Vielseitigkeit und seine Geländegängigkeit. Das lag einmal daran, dass es einer der wenigen Trucks mit einem Allradantrieb war und an der Art und Weise, wie sein Radstand konzipiert war, dass eben auch die Räder so weit nach vorn gesetzt sind. Darin kam er eben auch relativ steile Anstiege hoch. Ebenfalls konnte man super einfach bei diesen Fahrzeugen die Ladefläche umbauen. Man konnte die Plane abnehmen und hatte eben einen normalen Truck, auf dem man dann aber einen Kommandostand bauen konnte. Oder man hat das ein bisschen eingekürzt, hinten noch einen Kran drauf und dann hier alles Werkzeuge und es wurde zu Reparaturzwecken nach oder während einer großen Schlacht eingesetzt. Und vor allem war dieser AEC Matador ein sehr, sehr zuverlässiges Auto, wodurch er sogar nach dem Zweiten Weltkrieg noch lange Zeit weiter für zivile Dienste genutzt wurde. Das war mir aber auf jeden Fall wichtig, dass ich erstmal so diesen kleingeschichtlichen Exkurs mit euch mache, weil man sonst sehr schnell dabei ist zu sagen, das Ding ist ja hässlich und dass es einfach nicht passt, aber es passt eben zu der Zeit. Das ganze Set ist eigentlich relativ stabil und wäre damit auch bespielbar. Die einzige Schwachstelle ist hier vorne wirklich die Stuhlstange, denn diese Verbindung hier ist sehr, sehr locker und das fällt in alle möglichen Richtungen ab. Ansonsten haben wir leider bei der Scheibe sehr viele Kratzer drauf, die mir aber sonst sehr gefällt, weil wir hier richtig Strukturen eingearbeitet haben. Das hier ist wirklich Plaste, das ist auch nicht aufgeprintet und das ist ein großes Teil, was super zu so einem Militärtruck passt. Dann können wir bei dem Truck hier unten noch die Klappen öffnen und hier hinten reinschauen. Das Ganze kann man auch bespielen, wir haben da sehr viel Fläche, vorausgesetzt man hat etwas zartere Hände als ich. Und wir haben auch Türen, die aber nicht so viel Sinn machen, denn die Türen sind so eingebaut, dass wenn man sie öffnet, noch diese Querstrebe dazwischen ist. Aber naja, so haben wir schlecht eingebaute Türen, ist immer noch besser als gar keine Türen. Die Plane hat halt wie gesagt eine recht schlechte Qualität. Man muss auf jeden Fall die abstehenden Fäden mal entfernen, damit das nicht noch schlimmer wird und auch dieser Knick geht nicht so richtig raus. Ebenfalls ist es natürlich ein sehr, sehr plasterhaltiger Stoff und fühlt sich nicht so angenehm an. Ich kann mir vorstellen, das wird ein ordentlicher Staubfänger, aber das wird die Zeit zeigen. Der Aufbau, wie die Plane gehalten wird, ist simpel. Das ist wirklich so ein Gestell, aber dieses Gestell macht sehr viel Spaß zu bauen. Das i-Tüpfelchen bei dem Truck wäre auf jeden Fall noch, wenn die Sticker eben keine Sticker, sondern Prints wären. Man sieht ja eben auch wieder eine Farbabweichung, die nicht unbedingt sein muss und sowas kann man halt mit Prints vermeiden. Als i-Tüpfelchen kann man das Ganze wie gesagt noch aneinander hängen und auch damit fahren. Man kann auch leicht lenken, das macht das Ganze mit, aber natürlich bei zu starken Lenken, weil das Ganze hier doch sehr einfach verbunden ist. Aber lieber habe ich so eine einfache Lösung als schönes Detail dabei, als es gar nicht im Set zu haben. Bezahlt habe ich für das Set um die 20 Euro und ich finde, das ist für den Umfang, den man hier bekommt, zumindest angemessen. Es ist kein super Schnäppchen, aber es ist trotzdem ein guter Deal. Man muss natürlich sehen, dass Q-Man eher seine Stärken bei der Herstellung von Spielsets hat, aber auch dieses Set war mal sehr interessant zu bauen. Und ich finde, es ist auf jeden Fall keine totale Katastrophe. Es wird höchstwahrscheinlich mit dem, was man hier bekommt, nichts für den Hardcore-Sammler von Zweiten Weltkriegssets sein. Und damit hat das Set meines Erachtens aber so ein kleines Problem. Denn wir haben ja immer die Grundsatzfrage, sollen unsere Kinder wirklich mit solchen Sets spielen, wo wir wirklich mit Kriegsgerät spielen? Ist das nicht so ein bisschen verherrlichen? Ich möchte mich da auch gar nicht einmischen, die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Aber ich denke, deshalb fehlt diesem Set in Deutschland so ein bisschen der Markt. Weil die Zweiten Weltkriegssets gehen eigentlich hier eher an Erwachsene, an Sammler, die die historischen Momente irgendwo nachbauen wollen oder die es einfach in ihrem Regal schön finden und sich eben auch dafür interessieren. Und ich denke, die wenigsten Zweiten Weltkriegssets gehen an Kinder, die damit wirklich ernsthaft spielen wollen. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich das natürlich auch lieber mit einer Feuerwehr oder Polizeistation spielen lassen. Als mit einem Weltkriegsset. Gerade in der heutigen Zeit. Ich bin deshalb auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ob diese World War II Sets irgendwann in Deutschland nochmal sich mehr verbreiten, als es jetzt der Fall ist. Oder ob das wirklich so ein Ding ist, was in China bleibt. Das Set ist nicht schlecht, aber es ist eben auch keine große Sensation. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß, mir das Ganze anzuschauen. Das Bauen hat auch Spaß gemacht und deshalb macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, wenn ihr euch mal so ein Set aus der Reihe kauft. Für 20, 30 Euro und einfach mal selber die Erfahrung macht. Dementsprechend gibt es für mich trotzdem, auch wenn es wie gesagt nicht das große Sammler-Set ist, von mir eine Kaufempfehlung. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt oder noch andere Sets aus der Reihe, die vielleicht auch noch ein bisschen mehr in die Sammler-Richtung gehen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Und ob ihr damit Spaß hattet oder nicht. Damit helft ihr allen anderen in dieser Community sehr weiter. Wenn euch natürlich das Video gefallen hat, könnt ihr auch wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.